125 hast du recht ja gar nicht Diese Blitze, die waren schon immer einfach ekelhaft Ja, kommt immer mehr Ich brauche mehr Zeit Alter Hier ist ja auch alle frei, was sie gerade in dem Spiel gefunden haben Ja, eigentlich hier haben sie alle zusammen geparkt auf jeden Fall Diese Spinne lässt überhaupt nicht ab von mir Wäre gut Ja, sehr gut Ah, die haut aber rein, die alter, ey Die hat es auf mich abgesehen Irgendwie, die lässt du überhaupt nicht mehr los Hör doch mal auf Nervt das viel, ey Mach doch deine Explosionen jetzt einfach mal bitte Gottes Willen, ey Und der Dicke auch noch, natürlich Und nix haben sie fallen lassen Ist doch scheiße, ey Scheiße fallen lassen, wie geil Nein Aber gut, ein, zwei Gluten brauche ich noch Ja, was da die Mehrzahl ist Oh, der wird hier können doch noch mal ein paar Ja Wir haben nur noch 15, also nur noch 13 Minuten Wir sind ja Das ist bei der Zeit, wenn wir die Papier empfangen Und dann war das alles hier umsonst Ne, das ist die noch machen Und dann können wir zum nächsten Genau Schreien, nein Hast du schon markiert? Oder wolltest du jetzt einfach hier unten nehmen? Die kriegst du noch, ja Und dann legst du einfach auf das Die muss wirklich gerne machen Mann, was ist denn? Ich komme hier nicht durch Okay, dann steige ich nochmal ab Okay, wir haben auf jeden Fall einen mit angelockt jetzt gerade Ja Ja Aber sah mehr aus Ist ja nicht so viel Wesen Mann, was ist denn mit Das ist doch jeder mal trocken Ja Okay, ich reite da schon rein, ey So, wo ist die da unten? Genau Nein Titte hier Ich dachte, das ist schon ein besonderer Gegender Nein Helm Fuck, komm noch mal her Mann, jetzt kann ich mir nicht mal den Helm hier ziehen Ne, noch nicht Ich weiß jetzt nicht Ich weiß jetzt nicht, was der Schreien ausgelöst hat Und was Böse ist hier auf jeden Fall dabei Das ist sein lit Er ist das Ich bin da wohl, ey Ich bin da wohl, ey Und schön Feuer und Blitz die ganze Zeit, genau Hier wird uns richtig Ja Wo sind denn die Leichen hier? Ich brauche Keine Ahnung Das ist auch real Oh 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 Gott Warte, er kann dich wieder beleben Ja So Oh ja, perfekt Silbererz Diamant Nimm nur auf Oh ja Ich bin voll bis unten Bis unten, ey Bis unten, ey Ja Was gibt's hier? Helme Helme, komm ich mach jetzt mal einen Helm Ach, Helm ist ja eigentlich Ja, brauch ich sich auf jeden Fall mal was Ach komm, mach einfach mal Legendary Tatsächlich so, ja Oh ja Kann sogar noch einen machen Ach ne Ich würde mal direkt da unten hin weiterreiten Dass ich noch schaffe, meine Punkte da einzulösen Vielleicht Aus dem Weg, nervt nicht Ich brauche mehr Zeit Ach du Scheiße, hier ist auch wieder so ein Drecksvieh, ey Ach du Kacke Ja Dann brauchst du noch mal ein paar Punkte Ich geh hier hin Na, ich bin auf der anderen Seite Die Von dem Mob Sehr gut Scheiße Ach du die Ach du Scheiße Na, Uschi Alles gut? Mach's gut Wir machen gleich kurz Geh mal um Geh mal um Geh mal um So, jetzt sind wir mal Ruhe Ruhe im Karton Mach mal Glut Ich bin noch nicht bereit Ja, was ist jetzt hier schwere Wache Ja, gebraucht die für 1005 Nervt auch nicht Ne, die habe ich jetzt noch nicht Ne, die habe ich auch nicht Dann müsste ich nochmal da hoch zu dem 470er Oder irgendwo anders hin Ich habe jetzt mal da Ich hab' das beim Schweren Heilige Pile hier Oh ja Ich brauche mehr Zeit Ach du bist da unten Ne, ich bin hier hochgehangen Was ist denn hier los, alter? das ist ja gar nicht mehr durch nimm den ring auf ich bin voll nachhör auf der mutter ist voll ich will den aufnehmen bevor ich hier draufgehe man sammeln noch und ja weiß ich dass die tasche von mann jetzt macht er hier so eine barriere 40 fluten nur noch ist ein schamane er ist tot hier ist er was brauchen wir denn jetzt hier 125 amulette aber jetzt einfach habe ich nicht mehr viel zeit jetzt hier zieht jetzt durch ziehen wir durch marie hier ist noch ein event robert hier ist die kanalisierung auch guck mal robert was hier los ist ich bin dichter warte ja er muss hier so viel müll liegen lassen marie gleich wir machen gleich aus der wir brauchen hilfe wir kommen gleich geht gleich los er ist gleich tot die kanalisierung fischer dahinten weg machen ja gleich marie das ist ja doof verletzt ihn im b perfekt ah gleich die will jetzt halt hier hoch und mit zugucken natürlich was ich auch nachvollziehen kann machen wir die armutmauer 50 sekunden im baster für zu viel verrobert 50 sekunden nur noch ok dann nochmal rein da ja diese diese dinger nerven halt hier die da nebenbei sind hier der balle ich bin auch nicht bereit mann er macht er halt auch keinen schaden für der wacht hat mara verstellt erst mal den schreibtisch auch geil ja 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 ich muss es diese anderen fischer ich habe mich so schnell guck doch mal was hier noch alles kommt ist ja nicht einmal wir müssen jetzt nur noch die verbliebenen gegner wissen ich habe meinen ich habe blut verloren durch den tod wir haben ja auch ich bin noch nicht bereit wir brauchen mehr zeit willkommen dann noch das gibt ja kein ende doch man kann ja man was ist damit die nach derzeit er zeigt der neue angeboten nein ich habe keine eiltränke mehr dicke ist auf jeden fall umgefallen erst mal ist schon mal gut ich bin noch nicht bereit meine fresse sind voll dämmervoll alles ist voll hier die scheiße weg hier so hätte ich aber erstmal die stadt stimmt bei mir reicht es nicht mehr was die hier gewesen ich kann ja auch leider keine abgeben warte mal wo ich gehe oben noch mal gucken ich glaube ich habe eh nicht genug das reicht wahrscheinlich nicht mehr das ist ja auch schon besetzt jetzt bin ich ja völlig falsch ich brauche mir zeit da wollte ich hin ich brauche mir zeit mal gucken was es hier oben gibt hosen 75 boss für die hosen hier oben 70 jetzt schaub ich nicht mehr keine chance keine chance Bis zum nächsten Mal.